Hallo Anja, ich war wieder Flyern gewesen in Bürstadt und dann bin ich in die Massagepraxis zum Bogdan und die war so begeistert und die hat mir das Plakat sofort aufgehängt, ja, und die sagt, die waren schon dort und die macht einen Termin und die freut sich total, die waren schon essen bei uns, ja, und dass sie das so toll findet, du, und ich krieg immer so Gänsehaut und ich kann das überhaupt nicht ändern und ich von Varieté erzählen und dann krieg ich Gänsehaut, ja, und jetzt hab ich schon wieder kein Plakat mehr.